Der beste Mähroboter Heute stellen wir dir wieder drei wundervolle Produkte vor, die dein Leben positiv verändern können. Diesmal geht es um Mähroboter. Vielleicht hast du auch schon oft den Gedanken gehabt, dass dir die Gartenarbeit zu zeitaufwendig ist. Hier bietet sich an, dir einen Rasenmäherroboter zuzulegen. Falls du bereits überlegst, dir einen solchen Gartenhelfer zu kaufen, profitierst du von einer Menge von vielversprechenden Vorteilen. Eines der offensichtlichsten Beispiele ist die enorme Zeitersparnis. Aber auch Dinge wie bestehende Allergien kannst du mit den in diesem Beitrag vorgestellten Top 3 Mährobotern auf einfache Weise umgehen. Kommen wir aber nun zu den drei besten Mährobotern in verschiedenen Preisklassen. Falls du dir einen automatischen Gartenhelfer zulegen willst, machst du bei unserer Auswahl garantiert nichts falsch. Den Link zu den Produkten findest du in der Beschreibung direkt unter dem Video. Der erste Mähroboter ist der Kompakt 280R von Yardforce. Betrieben wird dieser Gartenhelfer mit einem 20V-Lithium-Akku des südkoreanischen Herstellers Samsung. Dieser Mähroboter überzeugt mit zahlreichen Vorteilen. Dazu zählen unter anderem eine Kantenschneidefunktion sowie ein iRadar-Ultraschallsensor. Mit dieser Funktion ist auch die Sicherheit gewährleistet, da dieser Mähroboter Hindernisse erkennen kann, die 20 bis 60 Zentimeter entfernt liegen. Dadurch vermeidet dieser Gartenhelfer, dass es zu möglichen Kollisionen kommt. Damit eignet sich der Kompakt 280R für bis zu 300 Quadratmeter große Rasenflächen. Die Schnitthöhe kannst du in drei verschiedenen Stufen einstellen. Die niedrigste einstellbare Höhe liegt bei 20 Millimeter. Die höchste Stufe schneidet das Gras auf eine Länge von 50 Millimeter. Uns hat in einer Testreihe neben den bisherigen Funktionen auch das Mulchsystem begeistert. Dies sorgt dafür, dass du das abgeschnittene Gras sozusagen wie einen Dünger verwenden kannst. Auf diese Weise sorgt der Kompakt 280R dafür, dass dein Garten nicht nur schön aussieht, sondern auch gesund bleibt. Kommen wir jetzt zum nächsten Mähroboter im Vergleich. Dabei handelt es sich um den Landroid MWA141e von Walks. Er eignet sich für eine kleine Gartenfläche mit einer maximalen Größe von 500 Quadratmetern. Eines der überzeugendsten Argumente des Landroid MWA141e ist die sogenannte Cut-to-Edge-Funktion. Diese sorgt dafür, dass dein Mähroboter selbst den Randbereich deines Gartens perfekt schneidet. Für dich bedeutet dies, dass du überhaupt keine Ausbesserungsarbeit machen musst. Ein weiterer Vorteil ist der austauschbare Akku. Der Landroid MWA141e Mähroboter gehört zur PowerShare-Serie von Walks. Dies bedeutet, dass du auch alle anderen Akkus der gleichen Serie nutzen kannst. Übrigens liegt die Laufzeit des Akkus bei 60 Minuten. Dieser Mähroboter ist sogar in der Lage, bis zu 35% Steigung zu überwinden. Außerdem kannst du deinen automatischen Gartenhelfer per App steuern. Noch komfortabler geht es nicht mehr. Zuletzt möchten wir dir noch den Gardena Seleno Live vorstellen. Mit diesem kannst du Rasenflächen automatisch pflegen lassen, die bis zu 750 Quadratmeter groß sind. Wie auch beim vorherigen Modell aus diesem Artikel, kannst du diesen Gartenhelfer-Roboter mit einer praktischen App bedienen. Das Wichtigste, was du beachten musst, ist, dass du dich innerhalb eines Radius von 10 Metern zu deinem Mähroboter befinden musst. Einer der Vorteile, die uns beim Test überzeugt haben, ist deine Wetterfestigkeit. Dies bedeutet, dass du selbst beim schlimmsten Wolkenbruch deinen Roboter-Gartenhelfer die Pflege deines Gartens überlassen kannst. Ebenso kann er Steigungen von maximal 35% überwinden. Auch auf schrägen Gartenflächen sorgt der Seleno Live Mähroboter von Gardena für optimale Ergebnisse. Praktisch ist zusätzlich noch der Sensor, dank dessen dein Mähroboter Hindernisse erkennt. So ist der Seleno Live in der Lage, auch enge Korridore in deinem Garten zu erkennen und perfekt zu schneiden. Am meisten hat uns jedoch der geräuscharme Betrieb überzeugt. Falls du also in der Nacht deinen Rasen schneiden möchtest, aber empfindliche Nachbarn hast, bist du mit dem Kauf der Seleno Live von Gardena gut beraten. Die Bewohner in den Häusern rundherum werden überhaupt nichts hören, wenn dein Mähroboter sich um den Schnitt deines Rasens kümmert. Damit sind wir bereits am Ende unseres Beitrages über unsere persönlichen Top 3 Mähroboter angekommen. Was hältst du von unserer Auswahl? Bist du der Meinung, dass ein Roboter-Gartenhelfer das Geld wert ist? Lass es uns gerne in den Kommentaren wissen. Hast du Vorschläge, welche Produkte aus dem Bereich Gaming und Technik wir unbedingt mal vorstellen sollen? Dann schreib uns doch deine Ideen in die Kommentare.